Hallo, willkommen in unserem Kanal und kennt ihr schon das Bilou Rainbow Set? Gibt es weder bei dm noch bei Rossmann derzeit. Und es enthält für den Sommer schöne Reisegrößen von den beliebten Bilou-Schaum, Lovely Strawberry, Creamy Mandarine, Vanilla Cake Pot, Pop Slushy Apple und Coco Cocktail. Alles für die Reise, für unterwegs. Im Flugzeug darf man diese kleinen Größen mitnehmen, beachtet aber die Mindestangaben der Fluglinien fürs Handgepäck und sie kommen in einem kleinen Geschenkset, falls ihr das eurer Freundin oder sowas schenken möchtet.